Guten Abend, hier ist Halle an der Saale, hier ist die Stierkampf-Veränder, hier sind die Saale-Wolz gegen die Füchse Duisburg. Guten Abend, Saltan. Hallo, Marc. Marius ist wieder fit, das ist gut. Du auch wieder? Ja, ich. Und dann gibt es das 1. Icing. Hier wieder ein guter Move. Tor für die Gäste. Janis Weich war es, glaube ich. Jetzt gucke ich noch mal genau. Die 71 ist es. Ach ja, Entschuldigung, Cornelius Krämer. Hier 1-1-Situation verloren, dann ist die Lücke da, nimmt den Schuss. Zweiter Torschussversuch war dann schon drin für die Gäste. Noch im ersten Drittel die Füchse im Scheibenbesitz. Bekommen hier noch mal den zweiten Schuss. Becker ist es. Becker bei Kowiak und Night Industry 2000. Hier sehen wir, wie die Scheibe zurückspringt. Kein Problem für Timo Herden, aber auch keine Entlastung nach vorn. Jetzt noch 33 Sekunden. Gleich für euch das Drittelpausen-Interview. Heute mit Timo Gams von den Saale Bulls. Dann gibt es noch eine ganz kleine, kurze Auswertung zum ersten Drittel. Und jetzt schauen wir erst mal, was noch geht. Vier Sekunden, fünf Sekunden. Die Scheibe ist draußen. Das erste Drittel gewinnen unsere Gäste mit 1 zu 0. In einem, ja mäßigen, muss man ganz ehrlich sein, Oberliga-Partie bisher. Wir freuen uns auf mehr. Wie immer gilt, holt euch ein Bier, bringt eins weg. Und wir sehen und hören uns später. Timo Gams ist bei uns nach dem ersten Drittel. Es sieht noch ein bisschen verkrampft aus. Aber ihr habt ein gutes Gefühl, oder? Ja, natürlich haben wir ein gutes Gefühl. Ich meine, natürlich haben wir auch Druck. Wir müssen die Spiele gewinnen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das heute reißen. Und das eine Tor, ich meine, wir können auch Tore schießen. Absolut. Es gibt Lücken bei Duisburg. Habt ihr schon welche gefunden? Ja, ich meine, wenn wir unser Spiel spielen, einfach spielen, keine Fehler an den blauen Linien machen, dann, glaube ich, haben wir die gut im Griff. Timo, danke. Gute Pause. Danke. Weiter geht's. Zweites Drittel. Alle erhoffen sich mehr. Sowohl die Fans der Bröße. Und ich bin mir ziemlich sicher auch die Fans der Duisburger. Das war, wie gesagt, mäßiges erstes Drittel. Aber mit gutem Ergebnis erst mal für die Gäste. Und unabhängig davon, mit wem man, ja, heute die Daumen drückt. Nein, für wen man die Daumen drückt, auf wen man es hält. Genau, jetzt habe ich es. Wir freuen uns einfach auf ein bisschen besseres Hockey. Und wenn schon beide Teams zulassen, dann wenigstens auch mit mehr Toraktionen. Also das war eigentlich so das Kuriose, dass auch Duisburg in vielen Phasen sehr passiv war. Auch die Zuordnung im eigenen Drittel noch nicht optimal. Jetzt große Chance. Grinius macht es. Jetzt aber, los jetzt. Guter Start ins zweite Drittel. Ja, dann muss eben eine Einzelaktion her. Ähnliche Geschichte wie beim Tor der Gäste. Ich habe fast noch gedacht, Mensch, wo will er hin? Jetzt läuft er noch in den Spieler rein. Also hier ein ganz interessanter Move. War eigentlich dabei, noch mal zweimal zu machen. Er hat dann alles richtig gemacht. Marc, das haben wir immer schon gefragt. Wer sind die Spieler, die jetzt Verantwortung übernehmen? Die zwei Spieler würde ich definitiv nehmen. Sergei Stass als Kapitän sowieso. Zack, gibt es das nächste Tor. Verdammt. Aber das ist eben diese Saisonphase. War auch wieder nicht gut verteidigt. Und ich glaube aber auch, Kategorie nicht unhaltbar. Erster Impuls. Wir gucken uns das Replay an. Ich glaube, er mobelt so vorbei. Hier stimmt der Abstand wieder nicht. Clemmer gemacht. Guter Move. Hat der Timo Herden gar nicht gerechnet, dass da jetzt schon der Schuss kommt. Zur Ecke macht er sonst immer so vorbildlich zu. Hier hat er spekuliert. Dachte, der Spieler geht noch weiter, weil er noch auf der Rückhand hat. Das war die Schussposition. Hier gibt es auch den Check gegen Walters. Er ist bei uns angekommen im Kampfgericht. Ich weiß nicht, ob man es über mein Mikrofon gehört hat. Zu lang die Scheibe. Jetzt hat man es gerade versucht. Schönes Tor. Schönes Tor. Endlich. Endlich. Abgestaubt. Nachgedacht. Abgestaubt. Perlini. Ich weiß gar nicht, ob das abgestaubt war. Ich glaube, da kam ein richtiger Pass. Jetzt gucken wir uns das veranfacht. Guck mal, konnte ich nicht sehen, habe ich so nicht wahrgenommen. Gams ist es, glaube ich, ja. Da kommt der direkte Pass. Also ein Risikopass völlig blind einfach mal in den Rückraum. Aber wenn es funktioniert, hat man alles richtig gemacht. Und schönes Tor. Etwas kritisch habe ich im ersten Titel gesagt, dass Fabian Hegmann... Ah, der hat ihn gesehen. Das wollte er, genau. Das sollte ein Pass werden. Hat Perlini reinlaufen sehen. So, jetzt geht's los. So kann man es machen. So kann man es machen. Genau so ist es. Fischer wieder raus. 3-2. So, neuer Anlauf. Wir weinen. Jetzt sind wir auch im Live-Bild wieder. Da sind wir wieder. Ist es live or is it Memorex? So, Tor, 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 Tor. Dann eben so. 3-2. Also jetzt war wirklich in 5 Meter Radius kein Halleser Spieler. Gehen wir mal davon aus, dass dieses Tor dann auch endgültig gegeben wird. Aber jetzt ist die 28. Spielminute Tor! Die Oberliga ist schon sehr fair geworden, die Liegenleitung wird es freuen, oh, der war drin, Perlini, 4 zu 2, im Wort sind 4 zu 2, 4. Gibt es einen dritten Versuch für Becker, die Scheibe? Nein, das ist kein Foul, komm, aufstehen, weiterspielen, Hockeyspielen. Tor, Tor, Schmitz, Fischer wieder auf dem Eis und in der Sekunde fällt das 5 zu 2. Das ist mal ein Drittel, das hat man lange nicht, jetzt hier zu Hause, auch dass das Powerplay so gut funktioniert. Gut, Linus warte wieder wirklich, als wäre das ganze Spiel drin, stark, wie er hier mitten im Spiel reinkommt, und erst mal, das ist, glaube ich, das dritte gute Safe. Erik Stefan bedankt sich erst mal direkt bei ihm, grölt ihm ins Gesicht, auf die Maske, aber alles gut. Fantastischer Auftritt von ihm, auch interessant, ich sehe es gerade auf dem Spielberichtsbogen, Fabian Hegmann, Linus Schwarte, Fabian Hegmann, 2.01. 2001, 1.11. 2001, Linus Schwarte. Da gab es einen Schuss an die Maske, kein Wirkungstreffer, Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Und da gibt es auch für Linus Schwarte das erste Gegentor. Ich habe den Maskentreffer hier gesehen, ich verstehe, dass er sich beschwert, aber ich glaube, der Schiedsrichter sagt das Gleiche, sagt, komm, das war unten dran, es war kein Wirkungstreffer, tatsächlich liegt es im Ermessen der Schiedsrichter mittlerweile abzupfeifen, denn wir erinnern uns auch an Torhüter, die gerne einfach mal den Kopf in den Punkt gehalten haben, um eine Unterbrechung zu erzeugen. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn der ein oder andere Duisburger jetzt sagt, Skandal ist ein Pfiff. Pause! Dritte Pause. The Great Reset. Nein, keine Verschwörungstheorien, in dem Fall nur einmal die Systeme hoch und runter fahren. Genießt die Pause, wie immer geht. Holt euch ein Bier, bringt eins weg. Bis später. Die Saale Bulls aus Halle an der Saale gegen die Füchse aus Duisburg. Keine Strafen. Aktuell ein gutes Scream ohne Scoreboard. Aktuell, da ist es. Wir haben ein Scoreboard. Und Duisburg hat natürlich jetzt eine Mammutaufgabe. Keine Frage. Ich glaube, wir haben uns hier noch ein paar Mal auf den Torstor, die sich auf dem Torstor und wir haben die Karte gehalten. Und wenn man es hier noch nicht geht, dann ist es ein paar Mal auf den Torstor. Und wenn wir uns hier noch nicht gehalten haben, dann ist es ein paar Mal auf den Torstor. Er steht, screent, nimmt quasi die Sicht des Holters, fälscht die Scheibe noch ab. Diese unspektakulären Tore, diese Arbeitstore, ich kann es nicht oft genug sagen, diese liebe ich, das ist das. Köhler schwer jetzt hier, ohne Geschwindigkeit gegen drei Leute. Gut, oh, 50 Prozent an Köhler. Berger macht es. Schöne Geschichte, noch zum Ende des Spiels hin. Berger, der immer so fleißig ist, bekommt jetzt die Chance und Köhler hat bei einer 1 gegen 3 Situation ganz viel richtig gemacht. Und da gibt es das Tor und die Nummer 12 im Trikote, hier sehen wir es, gegen drei Leute. Sieht ihn einlaufen, mit der Rückhand, Astreiter passt und dann zack ins Dreihangel, sehr schönes Tor. Sven Felsky hat gesagt, hey, ich habe den Berger die letzten fünf Jahre unter mir gehabt, ich habe ihn gesehen. Habt den mal auf dem Schirm. Ach, schade, Schmid war frei. Lungert heute viel an der gegnerischen blauen Linie rum. Schmid ist einer der Spieler, Köhler hat es gerade vorgemacht. Schmid ist einer der wenigen Spieler, der es schafft, auch ohne Geschwindigkeit Gefahr zu erzeugen. Und jetzt gibt es noch, ja, jetzt haben wir gerade über ihn gesprochen, das neunte macht er noch. Ei, ei, ei. Na ja, wenn es einmal läuft, dann läuft es. Ja, jetzt haben wir jetzt den Replays gesehen, deshalb habe ich kurz nichts gesagt, die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt. Und jetzt das Spiel vorbei. Das muss man vom Spielverlauf her sagen, das Ergebnis geht in Ordnung. Es war in Ordnung, dass die Füchse geführt haben. Sie sind schön zurückgekommen. Aber dann war es in Unterzahl auch nicht gut, verteidigt. Und dann haben sie die Bulls so ein bisschen ins Rollen kommen lassen. Die Bulls haben mal wieder uns kurz hinter dem Vorhang des Leistungsvermögens schauen lassen und gezeigt, was sie können. Die Bulls haben sich nicht mehr bachelor und in Ordnung. Ich muss mich auch nicht kregen. Untertitelung des ZDF, 2020